Auf mein Kommando, für die Rune, kämpft, bereit und los, zur Ehre Aonius, für die Ehre und Ehre, für die Macht Nors, und ja, da sind die Strukturen der Eisernen. Auf mein Schnellchen! Und los! Mir nach! Lassen wir sie nicht warten. Auf meinem Befehl! Ich gehe da erstmal alleine rein. Oh, okay. Wir kriegen Besuch. Endlich! Zurück mit euch! Genau, das hier will ich erst einmal wegräumen. So gut ich kann. Auch gucken, dass ich die beiden Türme da wegräume. Für die Ehren und Ehre. Lasst uns kämpflich. Vorwärts, Krieger! Lassen wir sie nicht warten. Also erstmal die Dexus weg. Wegräume Noch nicht mehr, wir gehen runter. tired wir sind jetzt muss der eiserne turm verschwinden endlich silbern glitzert der tod die halten ziemlich viel aus die türme wir sind nahe lassen wir sie nicht warten die schlacht ist nahe auf mein kommando vorwärts vorwärts ein ehrloser hinterhalt bereit und los ein ehrloser hinterhalt okay die großbeister die können auch gut einstecken die schlacht ist nahe die schlacht ist nahe ruhm und ehre vorwärts ein ehrloser hinterhalt silbern glitzert der tod auch bitte verkalt euch bald ich bin der arme die schlacht ist mit uns der lassen wir sie nicht anfangen endlich silbern glitzert der tod vorwärtskrieger okay ich kann das ding durch die mauer nicht an vorwärtskrieger die schlacht ist nahe gebt euren glitzert der tod ein ehrloser hinterhalt vorwärtskrieger für die macht nur ab dem ob verloren ist lustig dass die die macht nur jetzt abhaut frag mich grad nur wohin sie will die linien dürfen nicht brechen kommt er die krieg den nachtmann nicht tot noch lassen wir sie nicht warten silbern glitzert der tod endlich Silbern glitzert der Tod. Die Schlacht ist nahe. Silbern glitzert der Tod. Endlich. Auf meinem Befehl. Zur Ehre, Aonis. Für Macht, Norse. Ruhm und Ehre. Vorwärts, Krieger. Hier sofort zu den Waffen. Die beiden dürfen nicht sterben. Lass uns ehrloser Hinterhall silbern, glitzert der Tod. Endlich. Der Tor wird uns rächen. Wir sind der Tod. Genau, mach den schwarzen Turm bitte weg. Bitte schnell. Danke. Jetzt können wir angreifen. Weißt du nicht, was ich mit der Mumie da machen soll? Tod und Verzweiflung treiben euch. Ein ehrloser Hinterhalt. Für den Klan. So, Questbuch wurde aktualisiert. Ja, such den Eingang zum Knochen-Tempel. Findet ein Weg, das Tor zu öffnen? Wie zu erwarten war, ist der Tempelfest verschlossen. Das Tor kann nicht aufgebrochen werden. Wir müssen einen Weg suchen, wie es geöffnet werden kann. Es sieht so aus, als könntet ihr die Hilfe eines Einheimischen brauchen. Ja, vorwärts. Zur Ehre Aonius. Tot den Feinden. Wir sind der Tod. Ach, Nachtmache sind echt garstige Viecher, ey. Ich habe zwei Havoks verloren. Der Rest sind Nekromanden, die kommen ja wieder. Für die Ehre. Vorwärts, Krieger. Für den Klan. Für die Macht Nors. Bereit. Folgt mir. Mir nach. Ich soll jetzt erstmal kurz gucken, dass ich diese blöde Mumie loswerde da oben. Nicht, dass die uns Probleme macht. In welcher Form auch immer. Eigentlich dürfte sie ja nichts machen können. Es gibt keine Gebäude mehr von den Mumien da oben. Für die Macht Nors. Für die Ehre. Wir haben zwar ein Wildschwein verloren und zwei Fledermäuse, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Wichtig ist, wenn wir da jetzt aufmachen, dass wir Besuch kriegen werden. Ruhm und Ehre. Geht trotzdem nochmal dahin und versucht vielleicht durch das Gittertor die Türme anzugreifen. Das wäre mir arg recht, wenn die Türme weg wären. Ich sollte eigentlich mit meinem Irrfit die eine Mumie da oben wegkriegen. Auch wenn es etwas dauern dürfte. Mal gucken. Die laufen aber weit raus mittlerweile. Für Holz. Gebt euren Befehl. Silbern glitzert der Tod. Ruhm und Ehre. Vorwärts, Krieger. Lassen wir sie nicht warten. Silbern glitzert der Tod. Endlich. Silbern glitzert der Tod. Vorwärts, Krieger. Also nee, ich kann nichts angreifen hier durch. Lassen wir sie nicht warten. Wir sind der Tod. Hm. Wir sind der Tod. Die alte Mumie, die geistert hier noch rum. Achtung! Zurück mit euch! Ja, das könnte einen Moment dauern. Zeit zu sterben! Verteidigt euch! Zeit zu sterben! Unser härterster Kampf ever. Mir gegen die alte Mumie. Vorsicht! Verteidigt euch! Ja, als nächstes die beiden Türme und dann die ganzen eiserne. Ich weiß gerade gar nicht mal, ob es da drin noch einen Turm gab. Zurück mit euch! Vorsicht! Verteidigt euch! Kämpft! Verteidigt euch!